Herzlich willkommen beim 4D Asset Oszillator. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet. In diesem Video stelle ich Ihnen eine weitere Aktie vor, die im 4D Asset Oszillator und im Anlagezertifikat enthalten ist. Und zwar geht es diesmal um SMA Solar Technology und ein deutsches Unternehmen. Und das schauen wir uns gleich mal an. Dann, Disclaimer bitte beachten, es ist keine Anlageberatung, sondern dient zur Information der Anleger, die bereits im 4D Asset Oszillator investiert sind oder investiert sein wollen. Wenn Sie auf die Seite www.asset-oszillator.de gehen, Portfolio anwählen, dann finden Sie diese Seite, die Sie hier jetzt sehen, mit all den Aktien und den Gewichtungen, die enthalten sind. Und wir schauen uns SM Solar Technology an. Und wenn Sie hier auf den Namen klicken, landen Sie direkt auf der Homepage und dann sehen Sie schon, um was geht es. Solarstrom, allerdings keine Panels, sondern die Produktpalette sind Solarwechselrichter, Hydrowechselrichter, Batteriewechselrichter, Systemlösung, ganze Pakete für die Industrie, besonders Ladelösung für Elektromobilität, auch ein ganz, ganz wichtiger Bauteil, Bestandteil zur Energiewende, dann Apps, Digitalisierung, Monitoring und Controlling, um sehr effiziente Energie auch zu nutzen. Und Batterien, also ganz, ganz wichtiges Unternehmen für die Energiewende, für klimafreundliche Energiegewinnung. Und das ist natürlich ganz klar, Sie wissen ja, ich gucke immer nach Nachhaltigkeit. Und wenn Sie wissen wollen, warum ich davon überzeugt bin, dass Solar die Lösung ist und sich vervielfachen wird in den nächsten Jahren, dann schauen Sie sich bitte dieses Video hier an, warum Solar. Und wir gehen weiter nochmal in das Unternehmen rein. Sie können sich hier auf der Seite eben informieren. Das ist für Gewerbe und für Eigennutzer. Also die haben hier sogar Kraftwerklösungen. Also es ist ein ganz, ganz starkes Unternehmen. Und deswegen ist es im Portfolio. Und wenn Sie hier auf die E-Sign drücken, dann landen Sie direkt bei OnVista. Sie können die auch kopieren und können dann einfach, sage ich mal, Ihr eigenes Programm nutzen, wenn Sie sich die Charts angucken wollen. Und das Erste, was uns hier auffällt, ist KGV von 8,7. Das ist ja ein Value-Titel. Also sehr, sehr günstig kann man da im Moment einkaufen, weil im Moment eben die Solarindustrie abgestraft worden ist aufgrund der höheren Zinsen. Und einige Lieferprobleme, die die Branche hat. Und jetzt kann man wirklich super günstig eins sein. 8,7, während jetzt die meisten DAX-Konzerne hier eher bei 10,12 sind. Also auch noch ganz gut bewertet. Marktkapitalisierung 1,93 ist jetzt kein Riesenunternehmen. Dividende wird allerdings nicht viel bezahlt. Schauen wir uns die Kennzahlen genauer an. Dann sehen wir, dass hier auf 2023 extremes Wachstum war. Und wie Sie sehen können, am KGV, das war letztes Jahr noch bei 41, das Kursgewinnverhältnis. Also da waren die Kurse weit vorausgelaufen. Und durch das Wachstum ist das Kursgewinnverhältnis auf 8,7 gerutscht, weil die Kurse dem Wachstum nicht gefolgt sind. Und aufgrund der Zinssituation und aufgrund Probleme, die andere Solarfirmen haben, muss man auch noch dazu sagen, SolarEdge hat ja die ganze Branche runtergezogen. Und deswegen ist hier der Kurs nicht mitgewandert, obwohl der Gewinn extrem gewachsen ist. Der hat sich fast verdreifacht. Und ich bin mir sicher, dass der Kurs diesem Wachstum folgen wird, sobald sich die Probleme gelöst haben, sobald der Zins auch noch ein bisschen runtergekommen ist, werden die Kurse hier nachziehen. Genau. Nächstes Jahr soll jetzt kein Gewinn gemacht werden, wenn die Gewinne ein bisschen runtergehen. Aber das ist logisch, wenn ein Unternehmen verdreifacht, muss erst mal gucken, wie es hinterherkommt, wie sie die Infrastruktur schaffen kann, um so viel mehr zu produzieren. Und deswegen ist es normal nach 286 Prozent Gewinnwachstum, dass da mal 30 Prozent runtergeht. Das ist normal. Und in 25 soll es dann wieder weitergehen mit Gewinn. Ja, also da sehen Sie schon, warum ich SMA Solar gewählt habe. Nicht nur, weil es ein tolles Unternehmen ist, weil es natürlich grün ist, weil es Ökostrom produziert oder beziehungsweise den Teil mit den Wechselrichtern zuliefert. Nein, auch die finanzielle Situation, auch die Bilanz gefällt mir ganz gut. Eine Verdreifachung. Und Sie wissen schon, es ist verdreifacht worden. Und der Kurs ist aber noch nicht da, wo er sein soll. Das ist spannend. Das ist spannend. Genau. Und dann gucken wir Kurs-Buchwert-Verhältnis. Das war 22 nicht so berauschend. Das müsste jetzt, wenn die Zahl gerechnet wird, viel, viel kleiner sein. Das heißt, viel interessanter auch noch, Eigenkapitalquote bei 41 Prozent. Das ist wirklich stark. Also ein Unternehmen, das 41 Prozent Eigenkapitalquote hat, steht gut da. Hat natürlich 60 Prozent Schulden, klar. Aber stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Immobilie und finanzieren 60 Prozent. Da gibt Ihnen die Bank sofort Top-Konditionen. Und so kann man das hier auch werten. Also mit 40 Prozent Eigenkapital steht die Gesellschaft gut da. Was auch sehr schön ist, die Eigenkapitalrendite mit 12 Prozent. Da kann man nichts sagen. Das ist ordentlich verzinst sozusagen. Das Eigenkapital, Gesamtkapitalrendite 5,58. Also Sie sehen, dass die wichtigen Kennzahlen, die ich mir anschaue, sind da. Gefällt mir ganz gut. Und wenn man natürlich den Chart anschaut, dann wird man sehen, okay, hier finden Sie wieder. Der Kurs war schon mal bei fast 115, bei 112. Und jetzt ist er bei 56,9. Obwohl sich der Gewinn verdreifacht hat fast. Ja, das heißt, da ist viel Potenzial da. Und deswegen bin ich davon überzeugt, das ist ein guter, guter Bauteil. Eine gute Position im 4D Asset Oszillator. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.